In der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, bekämpft Carlos Feuer mit Feuer. Dass Paul, Niklas Osterloh, Carlos, Patrick Fernandes, in der Serie, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten feindselig gegenübersteht, ist ein offenes Geheimnis. GZSZ Die Feindschaft zwischen Paul und Carlos, wenn du ein mieses Ding mit ihr durchziehst, dann mach, ich dich platt, drohte der Schreiner Alicias, Josefeng Bressel, Freund vor ein paar Wochen, nachdem es vor dem Kiezkauf beinahe zu einer Prügelei zwischen den beiden Männern gekommen war. Paul selbst hat seine Gefühle für Alicia seither unterdrückt. Als Nihat, Timur Oelker, ihn aufforderte, Alicia zu berichten, dass er Carlos mit aufgeknöpften Hemd aus Evelyn, Sarah Rebecca Gerstner, Hauskommensar, machte Paul seinem Kumpel deutlich, dass er sich nicht noch einmal einmischen will. Er ist ein Wiederholungstäter und wird schon von ganz allein auffliegen. GZSZ Josefeng Bressel über Alicia und Paul Alicia weiß derweil nicht, wie Paul wirklich empfindet. Paul hat Alicia die ganze Zeit begleitet und unterstützt, auch beim Prozess ist er nicht von ihrer Seite gewichen. Allerdings hat er ja gemerkt und ständig gesehen, dass Alicias Herz Carlos gehört, berichtete Schauspielerin Josefeng Bressel im April im offiziellen GZSZ-Podcast gegenüber Lorraine Rahe. Ich finde es groß von ihm, dass er trotzdem für sie da war und seine Gefühle in diesem Moment hinten angestellt hat. GZSZ Paul schindet Zeit Ebenfalls im Podcast betonte Niklas Osterloh, dass seine Rolle mit der Gesamtsituation und seiner Sehnsucht nach Alicia überfordert sei. Osterloh Es ist immer dieses Hin und Her, und Paul kann sich nicht überwinden, Alicia reinen Wein einzuschenken. Ich verstehe das auch. Wenn man das dann macht, hat man Angst davor, dass dann, wenn man es gesagt hat, und sie, nein, sagt, alles zerstört ist. Umso länger du es hinaus zögerst, umso länger hältst du ja die Möglichkeit im Raum, dass es doch noch passiert. Demnächst kommt in der Serie neuer Schwung in die Dreieckskonstellation. GZSZ Paul schwärzt Carlos an. Wie wir euch bereits berichtet haben, gelingt es Paul nach einer neuen Provokation nicht, sich weiter zu beherrschen. Als Alicia ihn fragt, was er gegen ihren Freund habe, platzt es aus ihm heraus. Er betrügt dich. Die Blondine kann nicht fassen, was Paul behauptet. Alicia will verdrängen, was nicht sein darf, doch der Verdacht lässt sie nicht mehr los. Sie stellt Carlos zur Rede. Paul sagt, er hat dich gesehen, bei dieser Steinburg zu Hause. Er meint es war eindeutig. Hast du mich betrogen? GZSZ Carlos liefert Paul ans Messer. Doch er ist wie immer nicht um eine Ausrede verlegen. Ich liebe dich, warum sollte ich dich betrügen? Als Alicia wissen will, warum Paul sie anlügen sollte, geht Carlos in die Offensive und erzählt ihr, dass ihr Kumpel in Wahrheit in sie verknallt ist. GZSZ Trennen sich Alicia und Carlos. Ob es Evelyn gelingt, einen Keil zwischen Carlos und Alicia zu treiben, lässt Schauspielerin Sarah Rebecca Gerstner aktuell noch offen. Allerdings verriet sie im Interview mit RTL-Pressesprecher Frank Pick, dass dieser Handlungsstrang noch sehr spannend wird. Trennen sich im Interview mit RTL-Pressesprecher Frank Pick, dass dieser Handlungsstrang noch sehr spannend wird. GZSZ Trennen sich im Interview mit RTL-Pressesprecher Frank Pick, dass dieser Handlungsstrang noch sehr spannend wird. GZSZ